Es gibt Momente, Freunde, da drehe ich einfach durch. Wisst ihr warum? Mein Kameramann sollte eigentlich diese Zähne hier aufnehmen, hat aber die Kamera ausgehabt. Während der nicht aufnehmen sollte, lief einfach die Kamera. Das heißt, wir haben jetzt einfach kein Intro. Super, Junge, super! Deshalb, Freunde, ich muss euch ganz kurz aufklären, was es in diesem Video hier geht. Freunde, hier sind vier Autos. Ja, ein AMG GT 63, Formel 1 Edition mit 854 PS und 1400 Nm, mein C63, dann noch ein Porsche Carrera, noch ein Audi S8 Plus mit 600 PS. Ja, das waren knapp zusammen 2400 bis 2500 PS und wir sind einfach ein bisschen rumgefahren. Nichtsdestotrotz, Freunde, haben wir gerade ein Gewinnspiel am Lauf. Wer für 25 Euro Kaffin bestellt, macht beim Los mit den E90 zu gewinnen. Das geht dann bis nächsten Monat. Und ihr bekommt pro Bestellung zwei Duftanhänger gratis. Plus, meine Damen und Herren, ihr könnt euch auch noch was aus dem BWD-Shop bestellen. Dann seid ihr auch nochmal im Los mit dabei. Irgendein Piece, ist egal. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß jetzt beim Video. Liked und abonniert den Kanal. Das ist mir viel wichtiger als jedes Gewinnspiel auf dieser Welt gerade, weil ich unbedingt dieses Jahr noch die 100k erreichen möchte. Egal, was es kostet, wir geben Gas. Deshalb, Freunde, wortwörtlich Gas geben, sieht sie genau ab. Das war's mit dem Bildschirm. Das war's mit Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier sind wir beim Aral. Zeig mal kurz vorne. Jetzt gehen 2.500 PS auf die Autobahn. Jetzt geht's. Ich bin richtig aufgeregt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geisteskranker ist achtiger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist geisteskrank. Oh mein Gott. Auch sehr. Sechster. Und der ist, gell? Er ist richtig krass. Geisteskrank. S8 Plus oder S-Klasse? Ja, ich würde schon auch S8 Plus weil es Sound und so. Bro, zu krank, Digga. S8 Plus. Das bockt sich zu hart, Digga. Das bockt sich zu hart, Digga. Boah. Ja. Ja. Bro, jetzt war ich so glücklich, Digga. Bro, beste Methode. Es soll. Ja. Boah. Geil. Das wird geil. Boah. Junge Mann. Hey. Ich hätte nicht gedacht, dass ein S8 Plus so krass ist. Nicht. Hätte es niemals gedacht. Bro, also solche. Nur am durchdrehen, Alter. Also Freunde. Ich schwör das. Na, Bro. Freunde, ich sag euch immer ehrlich, wenn ihr trappen wollt, dann geht sie auf die Autobahn und trappt sie da. Nicht in der Innenstadt. Nicht in der Innenstadt. Auf der A8 oder halt auf eurer Autobahn, wo unbegrenzt ist, dürft ihr so schnell fahren, wie ihr wollt. Macht sie kein Rennen, macht sie nichts. Fahrt sie immer vorsichtig. Und der Gyni fährt wieder. Der Gyni ist wieder da. Der Gyni war im Urlaub in Malediven. Weißt du? Der Gyni, bester Mann, Alter. Der fährt halt ab und zu wieder jetzt so. Auch in Zukunft, ne? Wenn ich nur damit gesagt habe. Oh, jetzt geht's los. Ja, man muss aber schon vorsichtig auffahren, gell, Freunde? Also, unterschätzt euer Auto nicht. Ein Auto kann euch das geben, was euch eine Frau nicht geben kann. Wenn ihr sie ein Jahr lang durchfüttert, sie vergisst das Ganze und geht nach zwei Tagen fremd und bums mit einem anderen. Ganz einfach. Aber ein Auto, wenn ihr es verkauft habt, ist das Geld und könnt euch noch ein neues Auto kaufen. Und wenn ihr ein Auto kauft, Freunde, Regel number one. Gib ihn, Junge, gib ihn. Und wenn ihr euch ein Auto kauft, Freunde, dann müsst ihr dieses Auto genauso fahren und nicht anders. Wisst ihr warum? Ihr könnt auch nicht bei eurer Freundin sagen, dass der nächste sie bumsen soll. So richtig. Ihr müsst die schon... Alter. Also, das Lärm hat raus, Freunde. Euer Auto mal schön fahren. Schreibt weiterhin schöne Videos in die Kommentare. Oh, da ist noch ein Auto vorne. Der gibt auch richtig Gas. Jetzt geht's. Der Porsche ist über rechts gefahren, Alter. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Richtig los. Das Ding ist, ich habe hier Angst. Weißt warum? Die ziehen nach links. Bei zwei Spuren drücke ich sehr ungern. Bei drei eher als bei zwei Spuren. Weil bei zwei Spuren, Bro, ich vertraue den anderen Leuten nicht. Weiß man halt auch nicht weiter, Alter. Ja, Mann. Also, behindert. Das Auto verbraucht 29,1 Liter. Ich drücke im Behinderten. Er verbraucht einfach weniger als zuvor. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich da vorgefahren bin. Das ist... Dieser Sound ist behindert. Dieses... Das gefällt mir an diesem AMG. Behindert. Chias schreiben euch behindert. Ich schwör auf alles. Und die Chias schauen auch behindert. Wenn ihr ein dickes Auto fährt, Freunde. Ihr geht mit solchen Eiern aus der Wohnung. Hey, ich weiß. Manche mögen das nicht, manche mögen mich nicht. Aber Freunde, die bekommen trotzdem Eier aus der Wohnung. beton nicht mal dieser asphalt auf dem boden reicht für eure eier wenn ihr aus der straße geht und die selbst diesen beton hier unten zerreißt ihr dreht durch mann ich schwöre ich habe mich verändert die phase fünf jahren amg brauche ich freue mich immer noch als jetzt neu an armen gekauft tank reserve leuchtet standard wohnständig ich habe nicht mal geld für tank jungs ich schwöre man das hat genau wenn ihr weiterhin so konntet haben 300 euro versicherung 500 euro jährlich steuer dann zack hier links rechts versicherung service und so weiter richtig pompa jungs das richtig pompa geisteskrank geisteskrank und freunde wir ziehen auch mehr durch bro also türkei sowieso mit dem amg einmal muss einmal muss bisschen hochschrauben und da muss da kommen auch viele jungs dann von mir mit du wahrscheinlich auch gehen inshallah begleiten wir auf der tata ja die schauke ja genau genau drei vier karl flaschen schnitz mit spitze ist das beste man brauche ich rechts links brauche ich bin tatsächlich noch nicht mit diesem auto gedriftet brauche ich 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 ja wir driften eh nicht allgemein der gyny driftet ja ja der ist gerade woanders das ist bei chai der gyny aber er kommt bald wieder wenn ich wieder weg dann kommt der gyny wieder weiß wenn ich bei chai bekomm ja was das mal anlage ist brutal meine probleme sind nur geld da meine augen anfang zwangsig du hundsohn während du hattest lasse ich gerade meinen uhres ruhen richard milpati kennst du die uhren schon